hallo leute da ist wieder eure rei und zwar die mit den ganzen öhrchen viel maus und willkommen heute beim mass effect wieder wir haben hier einen weiteren teil und zwar den teil nummer das video ist ein mitschnitt von unserem twitch stream den ihr auf twitch tv slash toyray link übrigens ist da unten nebst anderem gerümpel in er da da könnt ihr mich live erwischen gleichzeit ja dabei ansonsten viel spaß beim zuschauen wie sieht es hier aus udina was will der hier alter du siehst scheiße aus und wie geht es dir wirklich warum hast du um einen besuch gebeten ganz ehrlich im moment schon also den werde ich nicht mal die den fehler mache ich nicht doch mal ja 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 Du fühlst mich, dass wir das Heir haben? Ja, du weißt, ich bin nicht sicher, dass ich mich falsch bin über Cerberus, aber ich bin falsch über dich. Ich muss dich zurück in Normandie. Ich wünsche, dass ich mit dir gekommen bin. Nein, du bleibst hier! Du bist hier, Major. Diese Krieg braucht dich zu 100%. Wir tun das. Danke, dass du kommst. Alter! Sorry. Danke, aber kein Danke. Ich kann nicht glauben, dass er das gemacht hat. Sie waren Flüchtlinge. Verdammt, es ist nicht so, dass sie viel mehr haben, um zu starten. Sie verloren ihre Hände, ihre Lieblings und ein paar Karten. Sie haben sie verloren, egal was klein sie haben. Ich kann nicht glauben, dass sie uns nicht stoppen lassen können. Wir sollten trotzdem etwas über ihn machen. Okay. Ich weiß, dass Leute sich schlägt. Wir tun, was wir tun, was wir hier haben. Also irgendwie, wisst ihr was? Wir machen einen Sweep durch den Laden. Hier irgendwo was, was wir mitkriegen. Nope. Doch. Ja, läuft. Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. Do you think I don't like getting dirty? Well, now, come on. I didn't mean anything by a commander. Aha. What did you mean then? See those Marines over there? None of them officers. Just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. See you in the mix, though. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Heh, sure. But I fought with you. I've seen you in action. Don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably? And you feel out a uniform like nobody's business. Just saying. But I know you're human. Just like me. But not then. Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human inspector. Mm-hmm. Mm-hmm. Gefällt mir nicht. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure. But they don't know you. They just know what they've been told. Listen. You want them to see you're one of us, right? Yep. Then buy them around. Who did they? I like the way you think, Lieutenant. Compadres. Hey. The commander would like you to have a drink. On her. So here's to us. Who's like us? Damn few. And they're all dead. It's an honor meeting you, commander. Thanks. We're all in this together. Every one of us has a part to play. True enough. Cheers. Cheers. Not bad, Shepard. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. Thanks for the drink. Also, ja. Ich meine. Wir haben hier tatsächlich ein paar Leute. Ich meine, das ist wirklich so. Wenn du mal gekämpft hast. Das sind Leute, die sehen. In dir, den Helden. Ich war selber draußen. Und ich sehe nichts Heldenhaftes dabei. Ich meine, da bin ich richtig mit Shepard. Wir kämpfen hier alle in einem Ding. So, wie sieht's hier aus? Da war Odina. Ähm, den, den Schleimer vom Dienst. The consul. You saved their lives. And for what? Apologies that boil down to, maybe later. If we don't figure out something, maybe later. We'll be an epitaph on a mass grave of 11 billion. Ich weiß, was ich tun werde. Was machen Sie? Die Menschheit hat in der Galaxie ein gutes Willen gegründet. Jetzt holen wir unsere Chips. Ich bekomme, welche Fonds ich kann, welche Materialien ich kann, und spreadere die Message. Helft die Menschen, helft euch selbst. Ich werde ein Draft in unseren Kolonien und ordere alle Zivilen Chips armiert. Arbeit auf dem Prothean-Device wird rund um den Kurs. Aber ihr macht euch das selber fertig. Wie ist es mit seiner Situation? Ich mag ihn nicht ganz so. Ich sollte gehen. Ich werde hier sein. Es regnet nicht immer, aber es regnet, eh, Shepard? So schlecht, eh? Die Dinge hier sind intensiv. So viele Flüchtlinge schreien über... Räume fliegen über die Kriege. Was erwartest du dir, Junge? Und wir können nicht mit den Räume über das wunderschönes Behaviour. Ich wünsche ihm viel Glück. Ja, wenn es immer besser wird. Ähm, ja, da brauchen wir jetzt... Ich meine, okay, den hat's... hat erwischt. Back to the Normandy. Back to the Normandy. Yep. Puh. Commander Shepard. Da war er. Aber... Diese Sicherheitssperren... Ich bin das Zeug schon gar nicht mehr gewöhnt. Ich meine, dass die hier ein Checkpoint bauen? Was sagt Rex? Ähm, nö, wir haben mit dir schon alles durchgeredert. Ähm, wie sieht's hier generell aus? Shepard. Anderson. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. Wie schaut's mit, äh, Carly Sanders aus? Ich meine, ne, Diplomatie ist nervt für dennoch besser. How do you deal with all the politics? It's a pain in the ass. As I recall, you gave me the job. Yeah, sorry about that. Just remember. The more you know, you're accomplishing something. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for. But everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the army. And we shot him out of Vancouver. And now we're running from Foxhole to Foxhole, just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. Do you think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers at least. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you've already died once and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. So, aber wir werden uns jetzt mal definitiv eine andere Uniform holen. Weil die Privatkleidung... Ja, so, pass auf. Äh, Freizeitkleidung. Wir gehen mal so rein. Much better. Much better. Schmeichelt viel mehr. Wir springen mal mit dem Mass Relay und ich würde gerne in die Krogan DMZ mal. Beziehungsweise... Also, ich habe hier gute Lust, Cerberus eine auf die Nase zu geben. Aber noch ein paar Prioritäten. Besser? Joink. So, wir landen hier. Wir haben hier... Gareth. Edi. Liara. Und James. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Ganz, ganz, ganz wichtig. Mädelsrunde! Wir gehen mal raus. Ne, äh, hatte ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich fand's im Moment sogar relativ entspannend. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ich habe das, Lieutenant. Gut, wir hauen mal rein. Also, größere Probleme nicht wirklich. Also, äh, ganz ehrlich. Es ist so ganz nett, weil wir so uns auf die Story fokussieren können. Ohne, dass wir wirklich richtig knapp irgendwo drin hängen. Was ist so eine Sache? Weil, äh, in Mass Effect geht's nicht um die Kämpfe. Hier geht's um die Storyline. Da haben wir Zivilisten. So, wir gehen hier mal relativ mit Schnellfeuer durch. Und, ich glaube, das löst die Problematik ungemein. Danke. Die meinen das aber jetzt nicht ernst. Oh, wir dürfen interzepten. Gut, dann holen wir die. Da hinten wird geballert. Boom. Okay, Dubletten haben sich immer ausgezahlt. Was? Just stay down. Just stay down. Okay. Die sagen, hold the line. Also, die ist richtig böse. Boom. Na, komm. Das haben die uns immer gesagt. Und das ist hier, äh, wahrer denn je. Okay. Okay, da haben wir noch was. Boom. So, there we go. Also, die sind hier echt nervig. Ganz ehrlich, das ist auch immer genau der Punkt, wo ich sage, wieso flankieren. Weil das geht hier so viel schneller. Wir haben, hier geht's mit Zivilisten. Und flankieren. Das meinst du jetzt nicht, Jan? Das Ding nervt. Okay, mal nachladen. Boom. Let's go. Wow. So, wir haben hier... Die Zivilisten hier. Nice. So, LZ ist da. Ich geh mal hier raus. Hier, äh... Jau. Äh, also, ich glaube nicht, dass ich die habe. Also, dein hast du schon. Äh, hast du schon die Mission ist für mich immer so'n Ding. Üh. 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 Ne, also, auf 100% nicht ganz, aber, äh, es macht Spaß. Dass wir viel machen. So, äh, wir sind hier, glaub ich, im... Äh, diesen hier. Ja. Liara war, glaub ich, da hinten. Äh, was ist mit ihm? Nice. Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist trainer has been extremely helpful. The accuracy of our warm data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we hoard everything. Pilots, the tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard, because we had no budget. Ooh, geil. Okay. Äh, gefällt mir. Liara hat da was. Moment. Ihr hattet ihr eigenes Büro gehabt. Und das war Mirandas Ex-Büro. Das heißt, das war hier. Hey, 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 hey. Kaum gewöhnt man sich an das Layout der ersten Normandy. The population of the colony world of Tivor has been killed. Working on anything? I'm helping decode some of the crucibles designs are trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 maps. I had something I wanted to show you, Shepard. Was denn? Could we meet in your cabin when you have a moment? Ganz ehrlich, gerne. Gerne. In meinem Quartier. Ihr ordnet mich in mein Quartier, süß. Äh, ich hoffe, das tut nicht weh. Mein Quartier? Let's erklärst du mir, wie du da reingekommen bist. Ach so, ne, ich muss ja erst rufen. Liara, du hattest etwas, was du in meinem Quartier zu diskutieren wolltest? Ja, ich werde gleich rüber. Ja, ich werde gleich rüber. Danke. Können wir sitzen? Ich habe mir gedacht, was wir auf den Reapers gesammelt haben, und wie schnell es wird wieder verloren können. Also, ich habe ein Plan in Motion, um die Dinge für die Zukunft zu保fieren. Was ist das? Ein Rekord der Galaxie. Informationen über die Reapers, Relais, verschiedene Kulturen, und Blueprints von der Crucible. Aber es ist eine Entschrift, ich wollte deine Meinung auf. Welche? Deine. Was? Was? Ähm, ganz ehrlich. Wie wäre es mit inspirierend? Sie sollten beschreiben, wie hart ich hier durfte. Sie sagen, dass die Reapers geholfen können. Und dann habe ich eine ganze Galaxie gesammelt, um das zu tun. Ich mag das. Naja Zivilisation, die nach uns kommt, wird trotzdem Kohlen brauchen. Wer? Wer? Wo? Was ist das? Ich kann mich nicht mehr so sagen. Du bist ein guter Freund, Shepard. Was ist das, Magan? Es ist gut zu haben, eine Crew ich in Wirklichkeit. Wissst du nicht immer so einfach sagen, aber wir sind stolz, dass du hier bist, Shepard. Und stolz, dass du hier bist. Dankeschön. Also, lass uns mal ablocken hier und wir wollen mal, ähm, schauen, wo wir, ähm, das Cerberus-Labor hier, den können wir noch auf den Nerf gehen, ich will mal Cerberus etwas einfach auf die Nerven gehen. Ja, ist so schön, ich würde es gern hören, wenn es heißt, Shepard, you have my full attention now. Äh, wir fliegen mal die Umlaufbahn von dem Ding an. Da wird viel geballert. Okay, das heißt, wir nehmen uns Cerberus mit. Und ich würde gerne Liara mitnehmen. Ich möchte sie auch in schönem Outfit in blau haben. Ja, komm, wir nehmen jetzt mal Gareth mit, der soll mal wissen, wie es, wie es, wie es wird. Und let's picnic, let's tango. Ja, schon wieder. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus-Lab function unknown. We sent in a recon-team, but they were forced to pull out, before they got very far. Ich mein... We think they're using the facility to warehouse and study Reaper-Tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Ich mein, was ich so geil fand, war das Treffen mit Jack. Vor allem die Aktion, wie, äh, Studenten, haltet euch bitte die Ohren zu. Joghurt ein bisschen, piep! Das war genau mein Stil. Das war so schön. Ich mein, Jack mit Pferdeschwanz, gut aus. Und nein, der Frisur, egal, Joe, kommt, passt da überhaupt nicht. Das ist ein Meter. So, mal, Cerberus, etwas auf die Nerven gehen. Wir machen das hier mal nach schöner... Oh. Nicht blindes Händel. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ups. So, ich will da mal kurz rüber. Dann haben wir ein Eindämmungsfeld. Okay. Roger that. Meet you at the landing pad. Uuuh. Ein Präzisionsziel. Äh, Ziel. Dann geben wir ihm mal das Sample. Dann geben wir ihm mal das Sample. mit dem die gehen auch nette sachen so ihr zwei kommt ihr zwei süßen ich will hier noch mal ein bisschen zeug raiden die waren nicht unbedingt die beliebtesten hier was haben wir hier bisschen was umgehen sorry so secure heading back to you now we just need to hold out until cortez can pick us up nothing like being stranded never said it would be easy so krieg ich den hier raus stay focused this isn't over there we go i'm with you boom oh da hinten sind sie cortez do you copy what's your status lieutenant there goes the easy route reload and keep fighting reload and keep fighting sorry für deine schulter junge sorry but no sorry okay noch ein briefschlitz do you copy i don't think he made it he'll make it let's just keep the landing pad clear okay ich find das immer so toll sorry für deine schulter junge okay das ist jetzt so ein ding ups sorry okay das kommt davon wenn es nämlich nicht date ist okay das kommt davon wenn es nämlich nicht date ist wir kommen mit also wir gehen wir haben beide artefakte aber es macht spaß hier zu ballern zu viel spaß so viel spaß Wir haben unsere besten Enginheure, die auf die Reapertech, die von diesem Läden gekostet haben. Okay. Wir wissen noch nicht, aber was die Reapertech zu tun ist, kann es nicht gut sein. Selbst wenn wir nicht entscheiden können, dass wir ihre Experimente verhindern, haben wir ihre Experimente verhindert. Ich habe mir Angst, dass sie einfach den Shop aufbauen werden. Verstanden. Wir werden immer Strikern gegen die Facilität schicken. Guten Tag, Commander. Das war's mit Mars-Effekt für heute. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr ohnehin die Größten. Würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Vielleicht ein Abo. Und wenn ihr Sachen anders gelöst habt oder irgendwelche Tipps habt, wisst ihr was? Lasst mir einen Kommentar da oder schaut einfach auf meinen Stream vorbei. Link in der Description. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.